Ein bisschen was geht ja immer und so gibt es dann heute doch noch ein paar kleine, aber feine Blu-ray-News. Wir beginnen mit einem Film und einer Veröffentlichung, ja, auf die die meisten von euch mit Sicherheit schon seit Jahren warten. Gut, Turbine Medien hat The Texas Chainsaw Massacre von Tobi Hooper das Original eben in der einen oder anderen Edition schon mal veröffentlicht. Ob das jetzt eine Keepcase-Variante war, ein Digipack war, ein Steelbook war, eine Retro-VHS-Edition war, das Ganze in Standard-Versionen und auch in 4K-Versionen, ein paar Mediabooks, ein paar Standard-Mediabooks, ein paar 4K-Mediabooks. Aber hey, wir hatten eins noch nicht und zwar das deutsche Kinoplakat auf einem 4K-Ultra-HD plus Blu-ray plus Bonus-Blu-ray-Mediabook inklusive 64-seitigem Buchanteil. Das erscheint jetzt dann von Turbine Medien. Wir sehen es hier und ist limitiert auf 500 Exemplare. Hier haben wir das Kinoplakat nochmal im Großformat, das deutsche Kinoplakat. Hier unten sehen wir es auch Premium Edition. Dolby Vision. Absolut top. Remasterte 4K UHD mit Dolby Atmos und Auro 3D. Hier haben wir nochmal die technischen Spezifikationen dran stehen. Dolby Vision ist auch mit am Start und jede Menge Bonus-Material, so wie sich das für eine vernünftige Veröffentlichung gehört. Preislich sind wir bei 34,95 Euro und Veröffentlichungsdatum ist dann der 26. Oktober 2023. Turbine Medien überraschte aber noch mit einer weiteren Veröffentlichung. Und zwar handelt es sich hierbei um 4-End Loafing in Las Vegas mit Johnny Depp und auch Benifio Del Toro, der hier den Anwalt von Johnny Depp spielt. Der ist ein Sportjournalist und soll 1971 hier von einem Offroad-Rennen berichten, ballert sich aber dermaßen die Birne zu, dass es kein Morgen mehr gibt unter Fledermauslandsee. Ich muss da immer noch so lachen, wenn ich das hier sehe. Und der Film wird auf jeden Fall in vier verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten veröffentlicht, die sind wir hier schön vorbereitet. Erscheinungsdatum ist der 26.10., also zusammen dann auch mit dem deutschen Kinoplakat von The Texas Chainsaw Massacre. Wir haben hier die technische Ausstattung und die kann sich natürlich ebenfalls wieder sehen lassen. Wir haben Dolby Vision mit am Start und wir haben eine DTS-HD Master 5.1-Tonspur mit am Start. Wir haben tolles Bonus-Material hier mit drauf. Der Directors Cut liegt hier erstmalig mit vollständiger Synchronisation vor. Und dann haben wir auch noch eine Deutschland-Premiere der Doku Gonzo The Life and Work of Dr. Hunters as Thompson. Deswegen hier Gonzo nicht durcheinander kommen. Ich habe mich nämlich gefragt, was soll denn das sein? Dolby Vision und Gonzo? Neues Format? Ne, ne. Das hat jetzt hier mit dieser Dokumentation zu tun. Außerdem gibt es noch ein paar Audiokommentare, entfernte Szenen, Behind the Scenes. Und ein 56-seitiger Buchanteil zu den Hintergründen und der Entstehungsgeschichte des Films von Christoph N. Kellerbach. Also da wissen wir, dass es gut wird. Das ist doch wunderbar. Hier haben wir auch den Preis 34,95. Veröffentlichungsdatum 26. Oktober. Und was richtig cool ist, ist, dass wir hier schon mal das komplette Mediabook von außen zu sehen bekommen. Das ist richtig cool. Schaut toll aus hier dieses Motiv. Dann haben wir das technische Datenblatt, die einzelnen Disks und dann auch noch das Mediabook hier einmal aufgeklappt. Und können uns schon mal ein bisschen angucken, wie das Ganze aussieht von innen. Also das ist doch wunderbar, dass wir das schon im Voraus sehen können. Genauso verhält es sich dann mit der zweiten Cover-Variante. Die ist auch tierisch geil. Völlig abgedreht. Passt super zum Film. Geht hier auch von der Vorderseite über den Spine auf die Rückseite, das Motiv. Also das gefällt mir auch sehr gut. Dann mein Favoriten-Cover, würde ich mal sagen. Ja, die Geschmäcker sind verschieden, aber ich persönlich finde das am geilsten. Ja, das passt halt natürlich super hier dann auch mit der Schreibmaschine, wo er eigentlich seinen Bericht abtippen sollte. Ja, und dann haben wir noch hier die vierte Cover-Variante. Die sieht so aus, als hätte Johnny Depp in seinem Drogentrip irgendwie selber dann ein Cover dafür gemalt, für diese Heimkino-Auswertung. Aber wird mit Sicherheit auch seine Fans und Abnehmer finden. Dann haben wir hier aber noch einen kleinen Schnäppchen-Tipp für euch. Und zwar für alle Leute, die Full-Sets sammeln von den Mediabook-Veröffentlichungen, also alle Cover-Varianten. Da gibt es im Turbine-Shop so ein kleines Bundle. Da spart man dann auch noch sage und schreibe 11 Prozent. Zuzüglich Versandkosten steht zwar dran, aber ich meine im Kopf zu haben, dass der Shop hier ab 50 Euro Bestellwert-Versandkosten-Frei ist. 124,42 werden dann hier fällig. Oder wie vorhin gesagt 34,99 für das einzelne Mediabook. Erst gestern habe ich darüber berichtet, dass Oppenheimer im Heimkino bei uns am 22. November veröffentlicht wird. In verschiedenen Editionen auf DVD, auf Blu-ray, in der 4K-Keepkiss-Variante und dann auch noch in zwei verschiedenen Steelbook-Editionen. Die sehen wir hier noch einmal vorbereitet. Das 4K-Steelbook, das haben wir dann hier auch noch ausführlich besprochen. Allgemein die 4K-Veröffentlichung, dass es hier drei Disks gibt. Es gibt halt hier die Blu-ray noch mit dazu. War in der Vergangenheit auch nicht so gewesen bei den Universal-Veröffentlichungen. Und dann haben wir hier noch eine Bonus-Blu-ray als Tonspur. Haben wir aber leider nur eine DTS Digital Surround 5.1-Tonspur hier mit an Bord. Jetzt gibt es beide Steelbooks auch bei Amazon zum Bestellen. Die sind da gelistet. Die erste Listung war, meine ich, bei JPC. Da ist das Standard-Steelbook noch bestellbar gewesen. Auch jetzt hier bei Amazon ist das Standard-Steelbook verfügbar. Preislich allerdings 29,99 Euro. Das ist natürlich schon heftig. Da bekommst du hier die 4K-Standard-Keepkiss-Variante, was eigentlich auch schon sehr viel Geld ist. Und zum Steelbook haben wir hier im Ausland schon ein Produkt-Vorschau-Bild. Da darf man sich jetzt nicht am Disk-Inhalt orientieren. Denn im Ausland ist es zum Beispiel hier in Großbritannien ein 3-Disc-Set. Eben das 4K-Steelbook. Bei uns ist es das 2K-Steelbook. Da wird dann die Bonus-Blu-ray noch mit dabei sein. Aber zumindest von den Artworks her können wir schon mal einen Blick drauf werfen, wie das Ganze hier ohne irgendwelche C-Card aussieht, wie die Rückseite aussieht und auch wie der Innenprint aussieht vom 2K-Steelbook bei uns. Und dann haben wir hier noch das 4K-Steelbook. Das ist bei Best Buy aktuell verfügbar zum Vorbestellen und auch mit einem schönen Produkt-Vorschau-Bild. Und hier sehen wir dann auch die Vorderseite und die Rückseite. Die sieht schon, das Gesamtkonzept, sieht eigentlich schon richtig cool aus. Auch den Innenprint finde ich hier ganz cool gewählt. Das passt. Preislich sind wir hier bei Amazon allerdings bei 39,99 Euro. Das ist heftig, zumal das Steelbook gestern ja auch beim Saturn online gegangen ist und 34,99 Euro gekostet hat. Da aber leider wieder draußen ist. Da steht zwar was, Vorbestellung ist bald möglich. Das war gestern möglich. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Das ist schade. Und 34,99 Euro ist für so ein 4K-Steelbook eigentlich kein schlechter Preis. Guckt man mal auf Megyn zuletzt. Da haben wir auch 34,99 Euro gehabt. Auch bei Violent Night 34,99 Euro. Aber ohne die Blu-Ray dazu. Und ohne die dritte Disc Bonus Blu-Ray dazu. Also das geht schon hier in Ordnung. Und mal gucken, ob Amazon den Preis noch nach unten ändert. Ich glaube es allerdings nicht. Der Run wird hier ziemlich groß sein auf dieses Steelbook. Und zu guter Letzt haben wir dann hier nochmal Indiana Jones. Auch beim Saturn verfügbar. Das war ja auch ruckzuck weg bei JPC. Und das gibt es immer noch zum Bestellen. Und auch zu einem Preis von 34,99 Euro. Und da haben wir ja die Besonderheit, dass es hier diese instrumentale Tonspur mit dazu gibt. Wo man einfach nur zu den Klängen von John Williams lauschen kann. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit den kleinen, aber feinen Blu-Ray News. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schönen Feierabend, meine lieben Filmfreunde. Auf bald und Servus.